Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet laut einer Umfrage die 2G-Plus-Regel in der Gastronomie. 53 Prozent der Teilnehmer sprachen sich in einer Erhebung des Meinungsforschers YouGov für die Vorschrift aus. 35 Prozent lehnen diese ab. 13 Prozent machten in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage keine Angabe. Bund und Länder hatten am Freitag eine 2G-Plus-Regelung für Restaurants, Cafés und Kneipen vereinbart. Demnach haben nur Geimpfte und Genesene mit negativen Corona-Tests sowie Menschen mit Auffrischungsimpfung Zugang. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hatte die schärferen Zugangsregeln kritisiert und vor weiteren Umsatzeinbußen gewarnt. Der Verband wies darauf hin, dass weniger als die Hälfte der Menschen geboostert seien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017